Ich versuch mal gleich Eis irgendwie an denen. Eis brauche ich hier glaube ich eben nicht mehr. Continue! Das geht durch die durch. Cutman. F. Was ist denn F? Ah der ist eingefroren. F. Was ist das? 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 töten lassen ihr müsst es leider miterleben ich hoffe so froh dass ich so weit gekommen bin bis hierhin so continue immer wenn ich unter dem herr will ich werde zu früh sehr gut es kommt dieser komische trecker da wieder er da war ich so doof das war gut das war nicht gut doch das war gut das war nicht gut verdammt wobei das springen beim letzten immer ein bisschen einfacher ist weil da hat man nicht dieses komische ding da über dem kopf verdammt wie man da oben hinkommt ich weiß es nicht auf jeden fall will ich mich jetzt hier mal aufladen also ja ja ihr müsstet miterleben alles live Mein Gott, wie der angeflogen kam. Na, da war ich jetzt selbst dran schuld. Energie! Achso. Gutsmell muss ich aufladen, okay. Energie. Fast voll! Yay! Komm. Achso, Gutsmell. Ah, da kommt jetzt einer. Gutsmell. Ich glaube, das ist weg. Nein! Ach, große Energie. Jetzt will ich nur Gutsmell aufladen. Leben! Ach, Gutsmell. Aber ich weiß nicht, wie sehr ich das hier noch brauche. Auf jeden Fall rechts von mir, wie man sieht. Gutsmell. Ach, scheiße, jetzt kommt der andere. Gutsmell. Okay, das reicht. Da oben müssen wir nicht hin, weil ich weiß nicht, wie bei der O... Achso, wir haben ja volle Energie. So, drei Leben. Das ist schön. Volle Energie. Oh, das ist böse. Knapp. Nein! Ich will das nicht machen. Ja, die Energie holte ich mir jetzt bestimmt. 100 pro. Oh, das ist so doof, ey. Wenn man... Wenn man in die Stachel fällt... Wenn man vorher aber getroffen wurde, hat man halt da auch noch diese... Böse Zeit. Ja, kommst du auch mal wieder runter? Ich... Böse Zeit. Hallo. Hallo? Hallo? Oh! Das war gerade fast Selbstmord, was ich gemacht habe. Achso, das muss ich aufladen. Aber das ist relativ einfach, weil hier, da unten diese zwei waren, da ja. Die können wir uns jetzt immer nachholen. Weil die brauchen wir für die nächsten Sachen, zum Beispiel da. Wenn man sich das nicht geholt hätte, wenn man jetzt Game Over, also das kommt man hier nicht hoch. Ich weiß es nicht. Jemand, der es weiß, kann mir bitte Bescheid sagen. Oh nein. Ich hab nur ein Leben. Ich glaub, jetzt kommt der Yellow Devil. Jupp. Ah, fuck. Ah. Scheiße. Super. Ich hab noch einen Versuch. Ich bin ein bisschen leise hier, aber hier muss man sich voll bei konzentrieren. Fuck. 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 Oh, verdammt, ey. Na ja, gut, fast die Hälfte hätten wir ja schon mal geschafft. Und jetzt sind wir, wie du von Katz vorhin anfangen. Behinderte Spasti, ey. Wann machst du denn das? Mann. Von dem Nächsten darf ich nicht getroffen werden, sonst bin ich tot. Ja. Ja, 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 ja. Töte mich. Ich trink mal in der Zeit was. Schön lecker Wasser. Ah. Continue. Jetzt einfach mit gut Glück hier wieder durchrushen. Sehr gut. Ah, zu früh losgegangen. Geh weg. Danke. Danke schön. Sehr gut. Wir haben auch ganz viel Energie. Äh, Gutsman. Also Gutsman müssen wir gar nicht mehr aufladen. Hallo? Nein. 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 Ja, das war Glück. Ich versuch's mal wieder. Passieren kann ja nix. Verdammt. So, hier kommen jetzt glaube ich die Dinger wieder von rechts. Jep. Hier darf ich mich auch wieder aufladen. Oh, vielleicht dann will ich hier noch ein bisschen leben. Das wäre doch mal ne Idee. Große Energie. Sehr schön. Direkt voll. Müssen wir das schon gar nicht mehr einsammeln. Oh, ein Leben. Das ist nur Kram, den wir nicht brauchen. Ja komm. Ich will nicht nur Punkte haben. Ja komm. Ha. Leben wär mal wieder schön. Na komm. Ähm, ich werd das hier mal vorspulen und schreib mir nur grad die Zeit auf. Ähm, 45 Minuten. Okay. Ich werd's dann vorspulen. Ah, ich hab noch ein bisschen versucht, ob ich ein Leben kriege, aber... ... Gutsman! So. Ähm. Wir nehmen wieder... ... ja, unsere normale Waffe. So, jetzt so. Jedenfalls würden wir nicht in die Stacheln reingedrückt. So, und jetzt hoffen wir mal, dass unsere Freunde zur falschen Zeit losgelassen hier keinen Scheiß machen. Beziehungsweise, dass das der zweite Mal da runterkommen will. Dankeschön. Bäh! Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Okay. Na, der erste hat wieder keinen Bock mehr. Ich finde, die sind auch im Gegensatz zu den anderen, die beim Ice-Level waren, irgendwie langsamer. Achso, Gutsmine brauchen wir gar nicht mehr, okay. Äh, 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 äh. Ah. Ach, komm, geh weg. Äh, ich weiß nicht, ob da nochmal welche kamen. Nee. Ähm. Elektron. Willst du mal wieder Hände sauber machen? Also was heißt sauber machen? Also von dem schweißgebadete Hände an meinem Pulli abtrocknen? Das war jetzt ein bisschen ekelhaft. Und ich bin wieder still. Und ich bin wieder still. Verdammt. ich darf es nicht so hoch springen jetzt ohne getroffen zu werden nein nein verdammt ich will ihn jetzt schaffen ich bin nicht fuck ey fuck oh mann scheiße ein versuch habe ich glaube ich noch oh ja ja Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nein, ey, verdammt. Ich werde hier gerade nur mal ein kleines Päuschen machen, also die Aufnahme anhalten. Und ich würde sagen, bis gleich. Bis gleich.